Relativ funktioniert, also ohne großartige Einrichtung. Kurz war das Material, das muss man auch in dem Bild, die wir noch auf die Kur und auf die Kur. Was macht man hier für die G-Chain? E-Con erzeugen? Also das Leicen mit Kur. Ja, das ist Skatefudge in Schönen. Und Slicer gibt es halt. Genau. Freig.